hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode wie immer in 21 zu 9 und bevor wir hier direkt los reisen sollten wir unser Inbox mal checken sowie regelmäßig und wie wir sehen haben wir wieder einiges ok direkt 400 Urgestein warum vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung uns gegenüber wir möchten unsere Dankbarkeit ausdrücken online Konzert klingt doch nice noch mal 400 1 2 3 1 fehlt irgendwie noch in der Liste aber ja gut was ist das denn die Ausgabe eines Windgleiters ein Geschenk der Sinfonie die zwischen den Sternen halt oh cool hier genau das gleiche ok kein Winggleiter aber wieder 400 Urgestein uiuiuiuiui was ist hiermit wieder 40 herzlichen Glückwunsch du hast folgende Belohnung bei der Webaktion unvergessliche Reise erhalten ja genau das ist das was ihr nicht sehen könnt weil es immer auf der Internetseite gemacht wird das ist dann sozusagen hier wurde die Story reviewt was wir halt erlebt haben in den letzten ja seit wir halt das Spiel hier angefangen haben und ja war so nett aber wenn man diese Sachen machen macht die sind immer relativ schnell gemacht kriegt man halt dann immer eine Belohnung 40 Uhr stein aber hier allein die drei jeweils 400 Uhr gestein 1200 Uhr gesteine nice genau das ist halt diese Belohnung hier diese Aktion meine ich immer so schnell scheint die Zeit in Terra zu vergehen ja genau das ist das nice wir haben richtig viel Uhr gestein bekommen ich sehe gerade hier ist noch etwas was denn bereitet 20 Gerichte zu haben wir in der letzten Episode gemacht sind da war das hier ach hier ja wie so eigentlich nicht gut wechseln nach so viel empfangen einen neuen Windgleiter zu kriegen wieso eigentlich nicht ne was ist hier genau das ist die Mission die Palmen in der letzten Episode ganz am Anfang noch vor dem Intro sozusagen erwähnt hatte dass sie irgendwie essen möchte irgendwie sowas in Art und wir sollen dann zum Ressort Wann Min gehen und ich denke das machen wir dann auch dann reisen wir mal dorthin das war ja hier im Süden genau Teleportationspunkt teleportieren und lassen uns dann überraschen tut mir leid dass ich störe Päimon oh no way it's the Traveler in Päimon ah Traveler welcome good to see you what can I get for you we want some black back perch stew Okay, Blackback Perch 2 ist es. Mach dich selbst zu Hause, es wird dir direkt für dich in einen Moment. Danke, Chef Mel! Ich dachte nur über dich, und jetzt bist du hier! Es fühlt sich so, dass du meine Telefonnummer hörst und riefst. Du meinst, du kommst nach uns zu suchen? Ja, da gibt es etwas, was ich mit euch diskutieren möchte. Hast du gesehen, wie die Stadt hier sieht? Alle sind bereit für das Moonchase Festival! Du musst mal durch die Stadt laufen. So heißt das also. Das ist leichter. Wir machen einfach nur alle Dinge, die Leute lieben, und nicht viel Erfolg. Das klingt wie ein Paimon-Vestival. Oh... Mit deinem tollen Ernst in Essen ist das Moonchase Festival sicher, dass es zu dir lieb ist. Paimon hat Geschmack. Ja, die beiden sind dann irgendwie ziemlich dicke, wenn es ums Essen geht. Das könnt ihr nochmal in der Folge 12, 13, 14, 15, so in dem Bereich nochmal nachgucken. Neh, mir oben rechts auf das E-Summer-Click bei YouTube. Aber das ist... Die haben so eine eigene Sprache, wenn es ums Essen geht, deswegen... Ich halte mich einfach dann zurück davon. Hahaha. Hey! Wenn du ein Problem mit Paimon-Taste hast, dann spiel es einfach. Um... So, ihr seid frei heute Morgen? Ich mache part in dieses Jahr's Masterful Chefs. Wenn möglich, ich mag dich sein, meine Culinary Consultant. Das ist richtig. Getting some suggestions from friends will broaden your horizons. Masterful Chefs, huh? So is that like a competition? Oh, right, yeah! I guess you probably haven't heard about it before. Every year Moonchase Festival has a different theme... usually picked by the Qixing. This year's theme is Feast of the Bounteous Land, so the Qixing decided to organize a cooking competition. Feast of the Bounteous Land. Hmm. Pretty much sums up what Liu is all about. Great theme! I totally agree. I heard it was Ningguang that came up with it. She's so amazing and so full of mystery... Well, I want to take part in the competition. Coming up with new dishes is hard work! By the time you finally thought of something, cooked it, taste tested it, can be hard to judge whether you are really into something or not. Also, ich dachte, ich könnte die zwei von euch helfen, mit allen Gedanken auf was ein tolles Dich macht. Ich möchte wirklich außerhalb der Box darüber nachdenken. Und um das zu tun, werde ich viele verschiedene Ideen von vielen verschiedenen Leuten brauchen. Das wird ein Stück Kacke! Wir haben Freunde von all over the map, nicht wahr? Du klingst ziemlich überzeugend. Na ja, du weißt, nicht um nichts zu schlafen. Aber erstens, wir haben einen leckeres One-Man-Meal. Nachdem können wir alle unsere Freunde in Liyue gehen und unsere Ideen eins von eins bekommen. Okay, großartig. Also, Kouba sollte bald wieder zurück, dann können wir alle zusammen gehen. Hier ist dein Blackback-Perch-Soup, Leute. Mmh, es schmeckt so gut! Danke, Koch-Mao. Haha, es ist mein Glück. Mmh, das war so lecker. Sehr klar, das ist definitiv Chilli-Peper-Weather. Xiangling kann ein bisschen eine Handvoll sein. Also, bitte schau auf sie, während du da bist. Komm mal, Vater, warum würdest du das sagen? Weil ich dich alle sehr gut kenne, mein Lieber. Das ist deshalb. Du musst nicht so rechtlich sein, wenn du in der Wilde bist, verstehst du? Du würdest gut sein, um ein bisschen mehr kassierig zu sein. Wie unser Traveller-Friend. Geht's nicht. Wir sind alle Freunde hier. Lass uns alle nachdenken. Oh, und Kouba ist zurück. Rolli-Polling, wie immer. Gut, ihr habt's gehört. Wo müssen wir hin? Ach, gar nicht mal so weit weg. Oh, da hinten sogar. Ja, aber es sieht wirklich ein bisschen anders aus, oder? Hier, diese kleinen Laternen-Dinger hier. Sind ja überall. Sonst hat... Es ist nicht so... Viel und nicht so offensichtlich, wie beim Laternen-Ritual. Hab ich einen Eindruck. Ah. Gut, jetzt leuchtet alles. Was leuchtet denn da oben? Hat das vorher auch schon geleuchtet, das Grüne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, Ni... Warte, Ni Tau? Ach, Hu Tau war es nicht, Ni Tau. Äh, Pflaumenduft bei Tauwetter. Das Bestattungsunternehmen Wangsheng von Liyue ist eines der ältesten in der Bestattungsbranche und wird nun von einer jungen Damen zusammen Hu Tau in der 77. Generation geleitet. Die junge Direktorin ist für ihren scharfen Geist bekannt, aber in den Augen mancher Leute ist Hu Tau vielleicht ein bisschen zu schlau für ihr eigenes Wohl. Okay. In der Tat... Äh... Moment... Genau. In der Tat ist die schrullige und eigentümliche Hu Tau nicht das, was die Leute von einem feierlichen Beruf wie dem Direktorin der Bestattungsunternehmen Wangsheng erwarten. Allerdings hat Hu Tau eine einzigartige Einstellung zum Leben und zum Tod. Und obwohl sie jeden Tag vom Tod umgeben ist, hat sich ihre optimistische Einstellung nie geändert. Sie ist schon ein komischer Kauz, muss man sagen. Wir sind gekommen, um ein wenig Spaß zu haben. Oh, natürlich! Hu Tau! Way, way outside the box! Meaning, you're here for some other reason, right? How might I be of assistance? Well, Hu Tau, I wanted to ask you. What kind of food do you like? What food I like? Hmm... Off the top of my head, I don't really have an answer. Wow! So even Hu Tau gets lost for words sometimes. Paimon sure didn't see that coming. Come on, even the chirpiest birds clock out for the night, right? I'm no different. Uh, pretty sure clocking out isn't something birds do, but okay. Ist schon gut, Hu Tau. Halt. Es. Einfach. Right. There's no need to overcomplicate it. Just pick a dish and tell me what you like about it. I'm doing some market research. I see, I see. Launching a new dish? Well, let me say right off the bat, nothing weird. Okay, some poached fish, a side of shrimp dumplings. That is all you need. Mmm... Poached fish and shrimp dumplings? That's a bit ordinary, isn't it? Well, it is and it isn't. Think about it. Poached fish is hot and spicy with a powerful aroma. It's a dynamic dish. Add a side of shrimp dumplings, and there's your static component. Got it? Dynamic? Mmm... Oh! I can do dynamic! Mushroom slimes do it! No, 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 not that kind of dynamic. A dish is more than substance. It's a mood. Poached fish is red and spicy. It elicits a response from the eyes, ears, nose, and mouth. That's why I call it dynamic. Shrimp dumplings are more subdued. Clear and smooth with a pure and subtle fragrance. I call that static. Combining dynamic and static is how you create a perfectly balanced meal. A union between opposite but complementary features coexisting in perfect harmony. Uh... Paimon didn't follow that at all. But at the same time, it kinda sounded smart, so... Okay... Dynamic and static. Opposite, but complementary. Um... So is this just another way of saying you should keep everything balanced? You know, a little meat, a little veggie, a little salt, a little sugar? Bingo! Except I don't think you need to have a sweet dish for it to be a complete meal. Personally, I always skip dessert. Okay, I think I got it! At first I thought you were just goofing around, but actually you make a really good point! How did I ever doubt you, Hu Tao? Thanks! When it comes to telling tales, the storytellers have got nothing on Hu Tao. Hm? Sounds suspiciously like a compliment to me. I'll take it. Du bist eine sehr scharfe Philosoph... und Philosoph, ja. Aha. Well, at least one of you gets it. Everything in this world runs on its own set of principles. Be it the circle of life or sugar and spice. You either get it or you don't. Since the traveler seems to approve, I'll make sure to factor it in. Hm. Hm. I don't think we're pretty much done here now. Let's head to Boo Boo Pharmacy next. Boo Boo Pharmacy? Yeah, you'll definitely get some interesting responses over there. Hm. Hm. Oh. 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 Apotheker war das, glaub ich, ja. Dobo Apotheker. Ja, wir müssen Apotheker gewesen sein. Uns... sagen wird... Ansonsten hat sich hier nicht so viel verändert. In der Stadt hab ich so'n Eindruck. Na ja, egal. Hm, genau, in die Richtung. Ah, dann werden wir auf diese kleine treffen, dieses Geistmädchen. Ja, ich sehe sie. Oh, es ist du. Ist alles okay? Warum? Wenn es nicht die speziellen Gäste, die sie nie besitzen. Lange nicht gesehen. Willkommen, Willkommen. Hier zu verkaufen, ich glaube, ein Herbal-Rämedie, ich glaube. Nein, nein. Wir kamen tatsächlich für die Gespräche. Wir sind hier, um Essen zu sprechen. Ich bin hier in dieses Jahr's cooking competition. So, ich wollte Sie beide fragen. Oh, wait. Es gibt drei von Ihnen. Ich wollte die drei von Ihnen fragen, was Sie das für die Füße Sie lieben? Most astutely self-corrected, we shall surely supply our assistance. You need to know what food I like? Hmm. It's all the same. No flavor. Chi-Chi has some gustatory dysfunction and can't taste any food. Make no mistake, she's not being uncooperative. Oh, I understand. That's fine. Still, I'd expect Chi-Chi to have some sort of dietary preferences, though. There must be some dishes that you like the sensation of. Sensation? Sensation? Yes. There's one. Coconut milk. Nice and cold. Well, that doesn't help us. It's not a dish. It's a drink. How about you two? Any thoughts? I like bite-sized morsels of meat. I agree with Chi-Chi. Many of our patients are the elderly and young children. They find large chunks of fowl or seafood difficult to swallow and digest. Dishes where the ingredients have been finely chopped, on the other hand, are far more suitable for them. We also see plenty of people with colds and sore throats who find it difficult to eat rich food. From a purely pharmaceutical perspective, I tend to recommend soups and stews. Got it! Would that be medicinal soups and stews? Ugh, medicinal soup. I don't like it. I must apologize for having such a one-track mind. It's a little difficult to think about food without worrying about the health implications these days. We've had quite the endless stream of patients recently. If you ask me, I think the changing weather is to blame. That's okay. Everyone's input counts. Keeping it seasonal and suitable for all ages sounds like a pretty good idea to payman. Medicinal dishes have higher demands in terms of nutritional balance than the kind of food I normally cook. I don't usually focus on medicinal properties, but since this is for a competition, maybe I can score more points by taking both flavor and function into account. Food with substance. Always better. Everyone will like it. It's a great suggestion. Thanks, everyone. You're welcome. As long as we could help. It's great to have a doctor's unique perspective. I'm feeling inspired. Oh, how you flatter me. Receptivity to sensible suggestions make for a savvy chef. Oh, she is. Creating new dishes is Xiangling's favorite thing to do. You can be sure she'll put lots of care and attention into it. Everyone's got their hobbies, and mine is cooking. Usually I just go with my own ideas, but having a whole new perspective this time is sure to make a big difference to the end result. Great! That makes this whole trip worth it. Alright, time to move on to the next. So we've got an independent thinkers' perspective and a health perspective. Hmm. Next time I think we should probably talk to some picky eaters. Jujing Terrasse. Ah, ich habe mich nämlich gerade gewundert. Wer könnte es denn sein, der so oder sie so wählerisch bei der Essensauswahl sein könnte? Jujing Terrasse. Vielleicht einer der Adapten, der eine? Oder irgendein Ransom? Hmm. Ich weiß nicht. Ningguang? Ah. Keiner. Werden wir sehen. Aber ich würde vorher... Ah, okay. Die ist es also. Mit Ningguang schon relativ nah dran gewesen, aber... Scheint nicht Ningguang zu sein. Genau, das kann man auch mal kurz collecten. Zack, zack. Oh, okay. Doch, alle drei. Bei Du und Dings auch. Oh, es ist der Reiseer in Paimon. Und Xiongling. Oh, Grüezi, Freunde. Es ist einiges. Hey, was bringt dich hier? Hm? Alle haben sich hier versammelt? Hat sich etwas passiert? Was ist mit diesem großartigen Sturm auf dem Boden? Lange. 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 So, just to confirm, I will assume responsibility for handling this Stone of Unknown Origin. Any objections? None here. You know how to get things done, Keqing. As long as it's with you, I can rest easy knowing that it's in safe hands. Hmm. Should I take this to mean that you doubt the relative safety of leaving this in the hands of the Tianzuan? Huh? Well, for starters, Keqing is the one who's always out running Aaron's rain or shine. Besides, you don't seem to give a wooden moor about this whole thing anyway. So, what's it to you? I was merely joking. You meanwhile seem only too ready to pounce when an opportunity to publicly lambaste me arises. Even when it means giving our poor mutual friend here the cold shoulder. Äh, ist das ein schlechter Zeitpunkt? By no means. You wish to know about the Stone, I presume. Then let me invite the great seafarer Captain Beidou to tell the story. If she would be so kind. You... Ugh, fine. Well, it's a big one, right? And such a smooth surface, too. Makes you think there's gotta be a good chunk of jade in there. It was found by a fishing crew, not far off the coast. It must have been underwater for years. Then meets the eye. No weapon could smash it open. Wow. Paimon doesn't think we've ever encountered a stone like that before. Kuching has taken an unusually keen interest in this giant stone, which is why we are leaving the matter in her capable hands. Let's put that aside for a second. Traveler, what brings you here? Were you looking for someone? Actually, we were looking for all of you! We need all hands on deck here! Oh? Hopefully not because there's been some sort of cataclysmic event. No, no, nothing like that. Paimon's just getting carried away. I just wanted to ask everyone about their food preferences. Food preferences? That's a little unexpected. I have rather simple tastes. Precise, pure, smart, and sophisticated. That is all I require. That's your idea of simple, huh? I summed up my culinary requirements in four words. Is that insufficiently simple for you? A few weeks out on the open ocean would fix your flawed definition of simplicity, let me tell you that. What about you, Beto? Me? Uh, if it's freshly cooked and piping hot, that floats my boat. If it's got a little chili pepper in there, too, I'm one very happy captain. Paimon thought you would have said bar food! Ha, 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 ha. Oh, bar food works, too. As for me, it's got to be seafood. Okay, got it. So, seafood. Piping hot and, uh, a simple but sophisticated. Es scheint noch nicht viele Gemeinsamkeiten zu geben. Und ehrlich gesagt, fällt mir auch gerade nichts mehr ein, was irgendwie passen könnte. Hm. Hm. And that's where I would disagree. Traveler, surely you've heard of golden shrimp balls. Oh my, they're my favorite. You need to wash and devein the shrimp, wrap it in finely sliced potato strips, and de-fry it to perfection. There's no room for cutting corners. They're very precisely put together. They taste pure. The presentation is smart, and the skill needed to cook them is highly sophisticated. It fits Ningguang's forward summary to the letter. Huh. So what you're saying is, for all the frills and trills, good food is all the same at the core? I heartily agree. Golden shrimp balls are a prime example. Their essence lies in combining art and nutrition in a single package. It is a dish of true value. Okay, got it. So, Kuching loves golden shrimp balls. I didn't say that. Did I? No, at least not outright. Alrighty, thanks for all your input. I'll be sure to take it all into consideration. Traveler, hi Mon. Do you have anything planned after this? Keine direkte Pläne. Good. I'd like you to help me investigate something. It's about this stone. You picked the right people for the job. We investigate stuff all the time. My thoughts exactly. The Qixing has a public duty to deliver our final verdict to the fishermen. But there are also some things I would like to investigate on a... Personal level. I'm sure you've become acquainted with the general background of the Moonchase Festival. However, I have my own understanding of this festival's roots. My grandfather was a researcher of Liyue's traditions. In his notes, he indicated that there was a deity called the Stove God in ancient Liyue, which people paid tribute to at a certain time of the year. Very few written records make mention of the Stove God, and those that do are notoriously confusing. Some scholars believe that the Stove God was just another title held by the Lord of Geo, but others suggest that this was a different deity altogether. One folktale even claims that the ancients found the Stove God's shrine, but there was no statue. Only a huge, smooth slab of stone. Shortly after it was found, the stone was lost in transit, and it hasn't been seen since. This stone here has all the same features, so I suspect it could be the one that went missing all those years ago. After many years of researching ancient texts, my grandfather came to believe that the practice of paying seasonal tribute to the Stove God may be best described as a festival. He called it the Stove God Festival. That would make it the forerunner to the Moonchase Festival we know today. But this is all just theory and conjecture. To prove any of it, we'd need to start by identifying who the Stove God really was. Now that Rex Lapis has passed on, and Liwa has entered the age of humankind, his successor should continue to respect our nation's culture and traditions, just as he did. That's why I think the responsibility for this situation should fall to me. It's a chance to shed light on our history, revitalize an ancient tradition, and possibly prove my grandfather's hypothesis along the way. With any luck, we'll nail all three in one fell swoop. It was just a couple of days ago that we received this stone. Right after we decided to use food as the central theme for this year's festival. It makes me wonder. Maybe a divine will is at work behind all of this. Three birds with one stone, huh? That's pretty efficient, even for Kuching! I would like to help, but... I'm just in a mission for Xiangling. Hey, don't worry about that. This sounds super important, so don't mind me. Besides, we're only... Wait a second. I got it! What? Why are you shouting? Kuching, can I tag along for your investigation? Uh-huh, but... Since it's all about the stove god, I might get to learn something useful about cooking along the way. It'll be great inspiration for me in the competition. Please, let me come along. I promise I'll help. If it means that much to you... Okay, I suppose you can come. Really? Yay, thank you so much. You're the best. Now that that's settled... Time to get going. Ching Se Village is said to be home to a lot of historical texts. So I'd like to start by making some inquiries there. Alright, then it's off to Ching Se Village. Okay, let's go. You can do it in the comments, what your opinion is. Äh... Also, das Dorf ist aber weiter weg. Ich wollte aber noch was checken. Ähm... N-d-d-d-d... Also, genau. Das ist da ganz weit oben. Äh... Was ist hiermit? Nur noch den zweifachen Ertrag. Sehr gut. Äh... Wo war noch mal... Cecilias Garten? Äh... Hier... Da. Ah, heute sind diese Sachen drin. Ja, okay, gut. Ja. Ja. Och. Immer dieses automatisch markieren. Das finde ich ein bisschen nervig. Das müssen sie ein bisschen anders machen. Mit Rechtsklick oder irgendwie was. Ähm... So. Okay, die will nicht klettern. Kann man auch so machen. Äh... Es gibt etwas, was wir hier sammeln müssen. Ich überlege gerade, wo hatten wir beim letzten Mal diese Blumen gesucht? Ach, so sehen unsere Wings jetzt aus. Hm, cool. Cool, 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 cool. Ich meine, in die Richtung müssten wir die Blumen finden. Können wir nämlich kurz vorbeiruschen, weil hier sind wir so gut wie gar nicht. Zuckerblumen. Das müsste in diesen Feldern sein. Hier. Glacilie. Genau, das war es nämlich. Äh... Ich sehe auf der Karte gerade irgendwas. Da oben ist nichts. Ist es da unten? Äh... Ach, da. Ah, Moment mal. Vielleicht muss ich das... ...so machen. Oh. Wie geht das denn sonst? Wie kann ich das so triggern? Interessant. Ah, gut. Klettern wir hier erstmal. Machen wir ein anderes Mal auf jeden Fall. Ach, da ist es doch. Ich suche ganze Zeit, aber da ist die Druckplatte. Wahrscheinlich nur für die Truhe, nur. Äh, von wo springe ich denn ab am besten? Ich müsste weiter nach oben. Weil es ist ziemlich auf einer Höhe, wie dieses Boden da. Äh... Gut. Zack, zack, zack. Man sieht das sogar fast gar nicht. Ne, reicht nicht. Reicht definitiv nicht. Okay. Nutzen wir nochmal diesen Teleporter, der da oben war. Tag. Teleportieren. So. Dann gleiten wir nochmal dorthin. Ach, das ist auch zu knapp. Muss ich jetzt von da oben runterjumpen wieder? Ah, das reicht echt nicht. Naja, gut. Ich markiere es mir auf der Karte. Äh, das ist... Diese kleine Dings. Hier. Hm. Das hier. Glacilie. Daneben. Ich weiß noch nicht, wofür wir die Flume gebraucht haben. Das war, glaube ich, für den Charakter. War das ein Waffe-Charakter-Upgrade? Ah. Weiß ich echt gerade nicht. Ja. Gut, da sind jetzt die anderen Pflanzen. Gut, schaue ich mir das nochmal kurz an. Wer hat was gebraucht? Ich glaube, Kaya war das doch, oder? Ah. Lampenkraut. Ah, okay. Wahrscheinlich Charakter. Wasser-Lilie, das war es, ja. Wie sieht bei ihr aus? Nein. Äh, hochstufen. Ach, könnten wir einfach mal machen, oder? Haben wir sie zwar auf 60, aber halt nicht so stark, wie jetzt die anderen Charakteren, weil wir für sie am wenigsten geformt hatten. So. Ach, passt doch. Wieso eigentlich nicht, ne? Klick. Wir haben einfach sie auf 60, dann. Ja gut, die Waffe ist halt definitiv nicht so stark. Das muss man halt nämlich auch bedenken. Na, komm schon. Zack. So, was wäre das denn als nächstes? Ah, gut, das kriegen wir durch Missionen und so weiter. Wie sieht ihre Waffe aus? Genau, Waffe ist 40. Also, bei ihm muss ich auch überlegen, ob ich vielleicht doch eine andere Waffe nehmen sollte. Ah, gut. Äh, aber ich wollte was anderes gucken. Attribute, Aufstieg. Hier war das auch nicht. Habe ich mich... Ach, hier. Ninguang war das. Gut, ich dachte, ich hätte mich schon vertan. Gut. Und wir putzen uns hier hin. So, und wie es weitergeht, werdet ihr trotzdem mehr in der nächsten Episode erfahren. Deswegen empfehle ich euch ein Abo da zu lassen, weil da müsst ihr meinen YouTube-Kanal nicht mehr raussuchen. Das heißt, ihr könnt nichts mehr verpassen. Ihr unterstützt mich so am besten oder am aktivsten. Ihr könnt direkt das Glocken-Summel mit anklicken. Dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream auf YouTube starte. Folgt mal an meinen Social-Media-Kanälen, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich auch Clips von anderen Spielen so zwischendurch. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, egal. Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.